Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist gutes Wetter. Ich habe Uni. Ich habe gerade beschlossen mit meinen Mitbewohnern, dass wir rausfahren, damit wir Uni ein bisschen draußen machen, weil man muss irgendwie was tun, aber weil man so drin versaut, ist es auch kacke. Ich dachte, ich mache mal wieder einfach einen Vlog, zeige euch, was ich die nächsten Tage so mache und erlebe. Und ja, ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Hier ist eine Vorlesung. Online-Uni läuft top. Yo, hier ist jetzt meine Vorlesung. Es läuft top. Der Park is looking amazing. Wie geht's dir, Louis? Ja gut, ich muss ja kein Universum machen. Ja, fuck you. Also, die Girlies sind gegangen und ich bin jetzt alleine. Ich habe hier noch zwei Magazines. Ich habe hier ein Abo von Time und Spiegel und Blend. Irgendwie drücke ich mich gerade richtig davor, die zu lesen. Die waren unikampelartig gemacht. Irgendwie bin ich gerade sehr melancholisch. Ich denke über Dinge nach und es ist komisch, um so riesen Kamerasachen in der Öffentlichkeit zu erzählen. Oh mein Gott, mir ist rein nicht bloß. Bis zum nächsten Mal. Also Freunde der Sonne, wir waren gerade auf einem wunderschönen Parkhaus. Jetzt ist gleich eine Ausgangssperre, deswegen düsen wir nach Hause in unser trautes Heim. Ich habe vergessen zu vloggen, deswegen gab es leider noch Handyvideos. Ab ins Bettchen! Der Liebe da drüben macht Musik. Ich lese gleich eine wenig. Und ich gehe dann heuer, heuer, ich habe morgen mein Lieblings-Uni-Seminar. Da habe ich letzte Woche eine Präsentation gehalten über Virginia Woolf. Absolute Leseempfehlung. Guck mal, jetzt kann ich euch zeigen, was für eine krasse Kamera das ist. So richtig fett und krass. Wow, Zoom! Guten Morgen! Ich habe online und jetzt, dann habe ich Therapy, ich bin mit meiner Therapeutin, ich bin noch ein bisschen müde. Eigentlich sehr. Und ich muss zwei Kooperationen drehen, eigentlich muss ich drei drehen. Die eine geht, hoffe ich, dauert nicht so lange. Bei der anderen muss ich mir erstmal die Idee überlegen, wie ich dann umsetzen werde. Aber eigentlich ganz witzig. Help me shake my gal on deck. Wirklich, ich liebe dieses Seminar so krass. Es geht um weibliche Freundschaft und natürlich Gedichte. Oh mein Gott, ich meine Kamera ist abend. Ich bin mir gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich dieses Seminar mega liebe, weil es um Freundschaft zwischen Frauen geht. Und auch der Übergang eben natürlich zu Gay Love. Es ist wirklich, dieses Seminar ist mega gay. Und wir zum Beispiel so ein Gedicht gelesen haben und auch in der Präsentation, die ich gehalten habe. Letzte Woche so ein super zentraler Satz von Virginia Woolf steht. So, Chloe liked Olivia for the first time in literature. Es ist so voll das Thema für sich, aber mich hat dieser Text und dieses Lesen und dieses ganze Seminar so dazu inspiriert, ein Gedicht zu schreiben mit diesem Titel. Chloe liked Olivia. Einfach, das ist so mein Studium, mich so was inspiriert, macht mich happy. Aber es ist auch legit das einzige Seminar, was ich irgendwie mag und wo ich so voll happy bin. Und der Rest ist einfach mega der fuck shit. Alrighty, ich halte mir gerade ein Basilikum, obwohl ich war gerade einkaufen für die Woche. Es duftet so geil und irgendwie teilt mich der Geruch richtig an für so richtig geile Sommer-Cocktails mit Basilikum. Außerdem ist mir gerade im Medica eine Glasflasche Cola zerbrochen. Das war sehr, sehr unangenehm. Ja, we love being a tall project queen. Lol, ich habe mal wieder mies illegal geparkt, gerade gehabt und die Lady wirklich steigt gerade so ins Auto ein und diese Ordnungsamt-Lady kommt. Und ich habe wirklich vor drei Tagen über 200 Euro Strafzettel bezahlt. Also vom ganzen letzten Jahr, aber irgendwie, die sind mit der Post voll untergegangen und dann mega viele Mahnungen. Also ich muss sagen, ich muss für einen Strafzettel bezahlen, so 50 Euro. Und sie einfach so ganz schnell, aber ganz schön, ich so, ja, ich fahre schon weg. Das ist wirklich ein bisschen ein Pellen. Gleich ist es auch ein Zeichen des Universums, das ich aufhören sollte, immer falsch zu parken. Aber es ist einfach so ein Strasse in Berlin zu parken, ne? Ich meine, man könnte auch einfach nicht outfahren. Aber wenn man so riesig erst mal auf den Tag wieder rauffallen, Valentina, chill. Aber mein bester Freund, das Basilikum, ist mit mir. Ich werde jetzt erstmal irgendwas richtig geiles kochen. Ich habe richtig viel geilen Scheiß. Das ist halt wie so vegane Chicken-Schnitzel, keine Ahnung was. Ich bin absolut süchtig nach Rügenwalder Mühle. Wirklich diese Pommasche, diese Salami, diese Schinkenspicker, diese ganzen vegetarischen, veganen Dinger. Ich ernähre mich legit davon. Und darauf freue ich mich. Ich bin wirklich Traumkooperation. Wenn ihr irgendwann seht, dass ich mit dieser Rügenwalder Mühle zusammenarbeite, dann müsst ihr kommentieren, Valentina hat es geschafft. Das ist einfach Rügen vom Truh. Lexi hatte mit so einer von den Firmen, von denen ich jetzt was gekauft habe, hat sie mit denen zusammengearbeitet. Irgendwie so veganes Chicken-Schnitzel. Und ich muss sagen, ich bin gerade richtig happy. Meine Therapie ist schon aber auch mega, mega gut. Ich hatte irgendwie so die letzten zwei, drei Wochen voll das Gefühl so, boah, muss ich überhaupt noch in Therapie sein? Mir geht es irgendwie, ich bin psychisch wieder so stabil und so. Aber meine Psychologin hat halt die Therapie verlängert. Also du hast immer so zehn Sessions und dann musst du es halt verlängern bei der Krankenkasse und so. Und sie hat es halt verlängert. Obviamente so, sie ist die professionelle Person, die das halt entscheiden sollte. Nicht ich, nur weil ich mich in den zwei Wochen glücklich fühle. Es geht jetzt so voll in die Phase über, wo es nicht mehr so darum geht, oh mein Gott, so you're... Sondern wie kann ich sozusagen lernen, stabil zu sein, meine Emotionen zu akzeptieren, lernen, zum Leben mit mir selbst bla 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 klar zu kommen. Und wir haben heute irgendwie voll viel über Meditation und Selbstakzeptanz gesprochen. Und es war megaschön und vor diesem Treppenhautertrieb so voll so ein Schuldgefühl so, boah, verdiene ich jetzt überhaupt Therapie? Also so als Mensch, so, also genauer in mir. Und jetzt bin ich aber so, hey, fuck it, so. Also das ist wie wenn du sozusagen eine Erkältung hast oder krank wirst und dann bist du so der erste Tag, wo du dich wieder gesund fühlst. Und wenn du dich dann so voll überhaust, also wieder so, dann halt so wieder mega viel Sport machst und crazy gehst und bla bla bla, bist du halt straight up wieder krank. Aber wenn dann dich, auch wenn du dich schon gut fühlst, noch erholst und bla bla bla, dann kannst du halt langfristig gesund werden. Und mein Ziel ist es, mental langfristig richtig healthy zu werden. Und mein Ziel ist es, mental nicht zu sein. Ich bin gerade aufgestanden, es ist schon relativ spät. Gestern war noch voll schön, ich war so im Skatepark. Also, ich kann nicht skaten oder so. Einfach nur gechillt. Und Sonne, Genossen, heute ist das Wetter kacke, was mich aber irgendwie freut, weil ich liebe es halt, ein schlechtes Wetteres produktiv zu sein. Denn again, es ist 12 Uhr und ich bin gerade aus dem Reich der Toten auferstanden. Ich habe hier schon bereit meine Latest-Sucht-Starbucks-Kaffee, also auf Cheek. Sonst habe ich heute eine Redaktionskonferenz für Panky-Politik, also wir besprechen, was wir in der nächsten Podcast-Folge machen. Ich habe nämlich einen Politik-Podcast, wo ich für junge Menschen Politik erkläre. Und das macht mir mega Spaß, so die ganzen Journalismus-Sachen. Und da habe ich halt ab 4 einen Call und da muss ich noch ein Video, was wir gestern gedreht haben, für Tinder zu Ende schneiden oder am Anfang. Und das ist basically mein Tag. Ich bin einfach wie so ein Dad. Ich sitze hier so mit dem Bademantel, lese so den Spiegel. Gerade habe ich so ein Interview mit so einem CSU-Food gelesen. Ich trinke so mein Pucking-Leberwurstbrot. Also es ist die vegane Version, obviously, aber so. Und trinke meinen Kaffee. Es gibt mir alles viel zu harte Dad-Vibes. Vielleicht motiviere ich die WG, dass wir so einen Kacke-Siebträger mit einer Maschine kaufen. Negativ! Yay! Test negative, stay positive! Luck! Luck, was lachst du? Luck, was lachst du so? Luck, was lachst du? permitir. Da ist finaler Neukadt sein. Vielen Dank.